ja immer rein da gibt es lecker 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 ja 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 ob dein wald waren auch ja ist das zeug gott man schutte trinken kann sagen guck mal hier ist so ein ding okay das könnt ihr abbauen aber sind voll können wir reisen wir tragen zu viel nicht dass die hühner abbauen so jetzt müssen wir diese glühbirne die haben wir hier reingepackt dass sie ja nicht fahren und jetzt das war doch hier hier war doch irgendwie die eier von den eigenen hühnern ja ja moderner hoch modernisiere zusammenbruch wird habe ich montiere die lampe in der küche wo denn sollte denn hier lampe montieren lass sie ja nicht fahren soll ich jetzt verarschen schließlich müssen nicht all die öllampen hier sein und besteht weniger brandgefahr in der küche aber wo und wie war das nicht hier irgendwie gekennzeichnet ja war ein paar so wert ich war der meinung dass ich hier irgendwie was gesehen habe das ist etwas aufwärmendes ich bin aber schlecht geworden oder was ich bin errichtet wie ja wie mache ich das jetzt schließlich müssen Tiere eine lampe und anschluss in der küche hier da guck ist nix mit küche wähle inventarfenster ach so okay alles klar da muss mir auch einer sagen oder hier eigentlich so äh äh barge dienstag airport schäune kleine kiste lager bauen wie wie tasten kompass garage lampenmast misshaufen äh hauptschalter airport schäunebox kleine kiste lager schäune hier ist doch nichts mit Zaun wo hier wir haben licht wir haben licht 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 hier brauchen wir noch eine eine Birne, da eine Birne, eine Birne. So, jetzt sollen wir dort Licht einschalten. So, es werde Licht. Wir haben Licht. Wir haben Licht, Licht, Licht. Wir haben Licht. Jetzt können wir so ausschalten, weil jetzt brauchen wir es nicht mehr. So, guck mal, haben wir doch schon wieder eine Aufgabe erledigt. Betrink dich ordentlich, ja, das machen wir mal später. Frische Eier jetzt. Natürlich jetzt noch ein Reinfandel. Kartoffelmaschine vor. Hol die Ange, repariere den Traktor. Erweitern. Besorge Ersatzteile. Ortshange, Keilriemen, Auspuff, Ölfilter, bla 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 bla. Ein guter Fisch. Es ist schwer, äh, ein Frosch mit blauen Eier. Nein. Wir machen jetzt erstmal Schwarzmannerei. Ähm, Frische Eier. Dass das in der Hose gegangen ist, das ärgert mich jetzt. Ohne Scheiße, ehrlich. Mann, 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 Mann. Und die Eier, hier sind sie drin. Verdammt. Das können wir doch versuchen zu verkaufen. Äh, Futter, ja. Und dann verkaufen wir den restlichen Schrott noch. So sieht's aus. So. Ähm, was ist das denn hier? Achso, Gewehr Munition. Das Gewehr muss ja nicht immer mit mir rumtragen, oder? Warte mal, das packen wir mal. Packen wir mal hier, hier in der Dings hier rein. Oh, hier. Und hier. So. Dann. Oh. Der Stroh verkaufen wir auch. Bestätigen. Sonnenblumen. Das verkaufen und den Schrott verkaufen wir. So, dann nehmen wir mal ein Bier hier. Und dann verkaufen wir das eben. Damit wir ein bisschen Kohle haben. Wir müssen dann mal ein bisschen Kohle machen. Und ich weiß nicht, wie habe ich das? Ich habe mir doch schon mal Tee gemacht, oder nicht? Das kann man. Hier, der kauft doch bestimmt das Heulen. Ja, 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 ja. Handeln wir. Komm hier. Ich gebe dir was. Pass auf. Deal. Äh. Ne, will ich kaufen? Ich will dir kaufen. Hoffentlich nicht, oder was? Ja, komm hier. Bring den Gegenstand. So, hier. So geht das. So, hier. Das gebe ich dir Stefan. Das gibt dir Stefan. Hallo, Stefan. Ja, 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 ja. Das ist auch deine Birne. Kannst du behalten. So, hier. Ach, das brauchst du nicht. Ja, aber hier. Das brauchst du. Komm hier. So, siehst du? Haha. So. Jetzt wissen wir... Habe ich auch noch was zu erledigen, ne? So, Panzer fahren hier. Panzer fahren, Panzer fahren, Panzer fahren. Hier, öffnen. Habe ich doch. Zwei, hier. Das habe ich nicht gewusst. Das habe ich nicht gewusst. Wir suchen jetzt Panzer. Wo kann man hier angeln? Lass uns mal gucken. Hier waren wir ja noch nie, glaube ich. Ah, jetzt hat der schon wieder Kohle am Vorderm Tisch. Scheiße. Ja. Unter die Schokolade. Oh, oh. Oh, oh. Bleib hier ja stehen, Baum. Hier war ich noch nicht, ne? Ja, stimmt ja. Ja, stimmt ja. Der muss ja was Warmes trinken. Ich habe auch die Taste vergessen, wo man mit Kasimirs Augen gucken kann. Z. Z. Z, glaube ich. Da waren wir schon. Ja. Ja, ist noch ein Panzer. 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 Panzer, mein Name. Panzer. Ölfilter, Auspuff, Landmine, ja man. So. Anze, mein Name. Hier sind doch irgendwelche Bäume. Was wechseln da? Kann man da was sich ausleihen? Halt, stopp. Wir müssen noch mal in die Kirche. Wo ist denn der Pfiffe? Ist der draußen? Ja, da ist er. War das hier? Hier war das, ne? Sei ruhig, verdammt. Bisschen die Grechtliche Grecht. Achso. Vielen Dank für die Blumen. Tick. Oh, okay. Na ja, gut, okay. Komm, 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 komm. Ruhig, verdammt. So, schlappern. Warte mal, wir gehen mal. Wir gehen mal hier lang. Ähm. Was sind das denn für Bäume hier? Kann man nix machen. Für den sollten wir doch so ein Klohaus oder sowas bauen, ne? Und was wolltet ihr doch? Ja. Was wolltet ihr doch? das hier oder vielleicht hier zu besuchen dort zu versuchen zu verkaufen handeln wir kommen bevor den laden dichten was hier ich kaufe sind kann ich dir nicht klauen ein 40 prozent nachkommen in aber vielleicht aus und hammer wie sommer keine ahnung ich weiß es selbst nicht weiß jetzt mal zurück ich war aber der meinung ich habe so ein scheiß eimer ehrlich die luke dicht hier kriegen wir mal ein stück hier kann ich denn jetzt diesen eimer hierfür könnte ich den gebrauchten ausprobieren will er ein eimer will er den eimer und das hier rein so hier kommt dann hätten wir das auch schon erledigt ist auch schon dunkel flosche lichte welche die hühner kommen hier gar nicht rein so probieren wir doch mal unser licht aus so dass die mücken nicht reinkommen so wie war das nochmal hier ist das geil oder ist das geil so gucken wir nochmal kochen warmer tee ich kapiere das nicht wasserflasche eimer benutzen fülle den eimer fülle den eimer jetzt voll oder was in chaos den eimer ne 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 hier haut jetzt so so ist ich dein ernst oder jetzt Opho muss angeheizt sein. Es ist hier der Eimer. Wasser. Fünf Stück. Kochen. Total easy. Total easy. Also sowas einfaches. Voll lächerlich oder? Wie kann ich den jetzt hier wieder loswerden? Ich kann jetzt hier einmal wieder loswerden hier. Ah so. Guck mal. Ist doch total. Und guck mal mit Licht. Aber müssen wir mit Licht nicht den Bürgermeistern für Bescheid sagen? Ach scheiß was drauf. So. Zwei Minuten noch. Ist er fertig. Sauber. So jetzt fertig. Gib her. Sehr schön. Gucken wir Licht aus. Sehr schön. Jetzt machen wir hier. Ist das geil oder ist das geil? Das ist doch mal richtig geil oder? Ja. Wir haben aber richtig was geschafft heute. Jetzt haben wir aber mal richtig was geschafft. So. Spät haben wir es. Uh. Kasimir. Jetzt ist aber Zeit in der Haie zu gehen. Du mein Freund. Ja. Dann würde ich mal sagen. Tu nichts was ich nie auch tun würde. Hallo. Tschüss. Ich glaube. Tschüss. Ja. Hi. Bye.